Willkommen zum Video Teil 3 des Rätsels entlang der Lenne. Genau hinten verläuft die Lenne. Das Wetter ist ganz gut und auch hier fährt die Bahn. Hier geht eine Brücke drüber, die Besonderheit bei dieser Brücke ist, dass die Fahrbahn aus Holz ist. Gebaut wurde sie im Jahr 1920, ich habe vorher ein bisschen gegoogelt, deswegen weiß ich das. Da ist sie, die Lenne. Dahinten blinkt ein Mercedes Stern. Langsam läuft die Lenne hier entlang. Jetzt noch die andere Seite. Damit man die Brücke im Ganzen sehen kann. Hier kommt ein schneller Radfahrer. Habe ich nicht gerade ins Schild gesehen, Radfahrer absteigen? Ja gut. Ich habe kein Rad dabei, ich brauche nie absteigen, ich gehe auch so zu Fuß hier rüber. Na habt ihr schon eine Ahnung, wo ich hier gerade bin? Wie immer schreibt es mir in die Kommentare. Und auch hier die Auflösung gibt es im nächsten Video. Ich mache jetzt noch ein paar Fotos und dann ziehe ich weiter meine Wege. Sehr gut. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020